Was kann man tun, wenn man Opfer von Hasskommentaren, Hate Speech im Internet geworden ist? Hass im Netz ist allgegenwärtig in sozialen Netzwerken, sozialen Medien, nicht nur Influencer, Politiker, sondern eben auch andere Privatpersonen leiden sehr darunter, gerade unter anonymen Hasskommentaren. Was kann man eigentlich dagegen tun? Man hat zum einen die Möglichkeit, Strafantrag zu stellen, Strafanzeige und so an die Identität der Täter zu kommen. Man hat Auskunftsansprüche, wenn es um Straftatbestände wie Verleumdung, Beleidigung, Volksverhetzung oder auch Bedrohung geht, dass man über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz an die Bestandsdaten der Täter kommt und kann ein Gerichtsverfahren einleiten. Man hat die Möglichkeit, wenn man den Täter kennt, den Täter direkt abzumahnen und Unterlassungs- und gerne auch Geldentschädigungsansprüche bei schwerwiegenden Rechtsverletzungen geltend zu machen. Und wenn der Täter unbekannt ist, sollte man auf jeden Fall auch die Rechtsverletzungen dem Provider wie Meta und Google melden, damit die Rechtsverletzungen abgestellt werden.